Salve, wir haben den 24. November, Donnerstag, morgens 5.10 Uhr. Ich habe das gestern Abend nicht mehr geschafft, den Film zu machen, weil ich hatte das Webinar mit Arne und Falk Elstner. Das war zwei Stunden, das war ziemlich besucht und das hat einen Riesenspaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Die haben eine ganz andere Angehensweise als ich. Und in manchen Dingern treffen wir uns, in manchen nicht. Das wird auch reingestellt. Auf der Seite von den Trading Brothers wird das irgendwo in einen Blog reingestellt. Aber wie gesagt, das sind zwei Stunden. Aber das war hochinteressant. Wir sind durch alle möglichen Indizes durch und Gold und manche Aktien. Also war wirklich, werden wir auch wiederholen, hat echt Spaß gemacht. Das wusste ich aber, dass das gut wird. Der Falk, wie gesagt, hat eine ganz andere Angehensweise als ich. Die finde ich teilweise für mich irritierend, aber meistens, ja, ich möchte fast sagen, überwältigend. Das macht er ganz, ganz groß. Schaut es euch mal an. Kommen wir zum DAX. Was wir machen, das ist nichts anderes als eine Bullenflagge. Wir haben hier den Stab oder den Flaggenstiel, Flaggenfahnenmast und hier oben haben wir die Flagge. Der Markt kommt nicht runter. Da kann man sich am Kopf stellen. Wo ich lese, mit wem ich rede, das ist doch zu schnell, zu viel, zu hoch. Der muss atmen, der muss mal runterkommen. Das sehe ich ja genauso. Aber ich habe kein Signal dafür. Und wir bauen uns jetzt hier also eine Seitwärtsbewegung rein. Die gibt es häufiger, solche Geschichten. Allerdings nicht so oft im DAX. In den Einzelwerten gibt es das ganz häufig. Und da kommt nichts runter. Diese Begrenzung hier ist oben 14.485. Und unten die 14.149. Das sind jetzt für mich die Punkte, wo ich wenigstens auf einer Stundenebene oder Stundenkerze drüber oder drunter sein will. Das ist schlicht ein Range Trade. Es ist nach meiner Betrachtung so, wir sind nach wie vor oberhalb der 20-Tage-Linie und im oberen Band, ist weiterhin positiv. Wir haben hier den Widerstand vom 61er-Retracement von der Bewegung vom Jahreshoch zum Jahrestief. Da sind wir bei 14.590. Als nächstes haben wir dann hier diesen kleinen Widerstand vom 6. Juni bei 14.709. So verführerisch das hier aussieht über das MACD, weil negativ, lang, kurz, kurz, es greift nicht. Und es gibt keine Initialzündung über die Stochastik. Gibt es nicht. Ich kann den Markt noch nicht short gehen. Das ist zu früh. Und zum Long gehen, ich sehe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Potenzial. Aber ich glaube, der Markt muss erst nochmal die Shorts rausdrücken. Und das kann dann eine Bewegung sein von 300, 400 Punkten. Ich möchte sogar eine 15.000 gar nicht ausschließen, wenn das schnell geht. Gucken wir mal auf 4 Stunden. Hier sind die 4 Stunden. Hier sieht man es auch nochmal. Der bewegt sich in einer ganz engen Range. Über das MACD habe ich gar nichts. Und wenn man das jetzt mal sieht, hier ist der Pfeil. Und jetzt verfolgt mal diese Linie nach oben. Hier habe ich ein Verkaufssignal. Bringt gar nichts. Das ist über die Stochastik. Das ist 4 Stunden jetzt hier. Hier habe ich eins. Bringt auch nichts. Hier hatte ich das nächste. Das hat, glaube ich, 120 Punkte gebracht. Die Verkaufssignale werden nicht angenommen vom Markt. Es ist immer jeder, der short ist, oh, ein Glück, 150 Punkte. Hurra. Ich würde es einfach mit diesem Risiko momentan überhaupt nicht aussetzen. Das ist zu gefährlich. Ich rechne nach wie vor oder im Moment noch mit einem Auflösen nach oben. Bis wohin auch immer das geht. Auf der Stundenebene ist es nämlich auch so. Wir haben hier ein sehr schönes Verkaufssignal. Das ist hier. Das hat 120 Punkte gebracht. Und das war es. Jetzt dreht der Freund schon wieder hoch hier. Neutral über das MACD auf Stundensicht. Ich gehe wieder zurück auf den Tag. Also es ist, ich glaube, so kann ich sagen, der Markt will nicht runter. Oder kommt nicht runter. Die Fed gestern, was sie gesagt hat, ja, sie wollen Zinsen weiter erhöhen, aber halt nicht mehr in dem Tempo. Finde ich eigentlich eine logische Erklärung. Wird dem Markt grundsätzlich aber eher helfen. Dieser überkaufte Bereich hier, der kann sich noch über ein, zwei Wochen hinziehen. Wenn es blöd läuft, sogar bis Weihnachten. Also ich mag den Markt. Mir wäre eher zum Shortgehen einfach zu gefährlich. Und zum Longgehen habe ich aber, gebe ich zu, habe ich auch nicht so die rechte Traute. Wenn ich es mache, muss ich mich gleich hier unten drunter stoppen. Diese Kerze, diese heftige Aufwärtsbewegung, ist in keinster Weise noch mal irgendwie touchiert worden. Kann man wirklich nicht sagen. Ich habe folgende Scheine. Und zwar ein 13.616er Call. Das ist im Moment, wo sind wir denn da? 13.660. Da sind wir ungefähr hier. Wir sind also unterhalb der 20-Tage-Linie. Und das ist die GZ 3261. Im Moment ein Hebel 17. Und der Put, das gebe ich ganz offen zu, da habe ich langsam schon Bedenken, ob der nicht genockt wird. 14.995. Da sind wir hier. Wenn das eine schnelle, heftige Bewegung wird, ein Short-Squeeze. Ich glaube nicht, dass es so eine Bayer Stampede wird, das wird ein Short-Squeeze. Die ganze Korridorscheine und die Putz und was auch immer. Die fliegen einen dann, wenn man Pech hat um die Ohren, der ist schon nah dran. Das sind gerade mal 500 Punkte, 550 Punkte. Das ist nicht viel. Haben wir alle gesehen. Das kann der innerhalb von ein paar Minuten machen. GK0R1V ist da der Schein oder die Nummer. Also wirklich, ich möchte nicht sagen, dass mir das gefällt. Ich mag solche Dinge eigentlich nicht so gerne. Und oftmals werden die nach unten aufgelöst. Sollte das nach unten aufgelöst werden, zum Beispiel den nehmen wir raus, dann ist ein Ziel, diese gedäschte Linie, das war dieses Zwischenhoch hier vom Mitte August. Und da sind wir im Moment bei 13.947. Das war das Hoch hier. Das wäre so ein Ausatmen. Da liegt auch jetzt bald die 20-Tage-Linie. Heute müsste sie sogar da liegen. Also ich finde den Markt nach wie vor in Ordnung. Halte mich mit Shorts zurück. Gehe auch momentan nicht mehr long. Das möchte ich jetzt gerne wissen, wie sich der Freund hier auflöst. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.